Siehe, du hast dir schon dein Auto gebaut. Natürlich. Auf zu meiner Brücke. Ah, die hat ein Geländer. Sie haben keinen guten Schwerpunkt. Natürlich nicht. Ein bisschen die Orientierung verloren. Ah, hier. Was tut der Autopilot? Weiß ich nicht. Ups. Helfer, ich liege auf der Seite. Hilfe. Wo bist du? Beim Zement. Ach. Das ist ein Problem, was du... Was ist denn? Das ist tatsächlich noch nicht voll. Ah. Das hört sich ja ausgesprochen gut. Bringst du Zement mit? Ich glaube, hier fehlt eine Rampe. Wo bist du jetzt hingefahren? An meiner Brücke. Ich will die Brücke zum Space Elevator. Okay. Oh, Concrete. Das soll ich ja finden. Äh. Wo kommt der... Innen kannst du diese Schieße... Ach, die Produktion ist ganz weg hier. Meine... Die ist jetzt ganz unten. Äh. Der Container ist aber oben. Da hat leichte Grip-Probleme, ne? Der fehlende Anpressdruck. Okay. Hat eine Rampe hingesetzt. Oh ja. Ich will ja gar nicht holen müssen. Das ist super, wie man da drin sitzt. Aber Scruffy, halt, halt. Stehbleiben. Ganz, ganz wichtig. Du hast es vergessen. Was? Die Warnlampe. Wie? Ja, so ist besser. Wusstest du das nicht? Nein. Du hast die Animation. Dafür die Warnlampe. Ja. Ja, wir brauchen den Highway, glaube ich. Ja, hätten wir andersrum fahren müssen. Ist aber da hinten. Ich meine, da vorne ist doch der Wasserfall. Wir müssen doch in die Richtung, oder? Da oben. Links hoch. Hier lang. Ich habe bei dir leider nur die Animation gesehen. Du siehst die Lampe selbst nicht. Ah, okay. Weil deine Lampe sehe ich. Am Gelände fährt das Ding echt nicht gut. Das hat, wie gesagt, leichte Grip-Probleme. Ist so ein bisschen wie der The Hunter-Bot, wenn man Offroad fährt. Sobald du irgendwas triffst, fliehst du durch die Gegend. Der fährt sich tatsächlich etwas besser. Und jetzt die Handbremse irgendwie auf einer anderen Taste ist. Okay, da unten sehe ich schon. Kann Büsch auch umfahren. Die Warnlampe ist ganz dringend, sobald man im Gelände ist. Ganz, ganz dringend benötigt. Ich bin bei der Brücke. So, jetzt kann nichts mehr passieren. Jetzt kann ich die Lampe auch abmachen. Oh Gott. Calculated. Ich bin angekommen. Hey, rückwärts fährt es deutlich stabiler. Ich warte noch, bis du. Komm mal. Ah. Ja, ja, es reicht. Es reicht. Ja, ja, ja. Ja. Also ich habe zumindest noch versucht, die Rampe zu nehmen. Ich wusste, das war zum Scheitern verurteilt. Jetzt sehe ich auch die Lampe. Bring mal. Nee, ist, glaube ich, außer meiner Ränder reichweitend. Vielleicht siehst du mich jetzt. Hui. Nee. Ich habe es auf die Felsbrücke geschafft. Bin jetzt auf der Felsbrücke. Ja, da sehe ich dich. Ich bin von dem Felsen dahinter gekommen. Ja, hui. Splotch. Im Wasser. Können wir einen Staudamm bauen? Ah. Ich seh die Rampe hoch. Geht's doch wieder. Ah. Zu weit. Hui. 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 Hui.